Es sind zwar 5 Bomben und größere Bomben, aber nein. Hallo Gluttony. Du machst ganz schön wenig... Ich mach ganz schön viel Schaden, meinte ich natürlich an dir. Ich glaube, ich lass mich nochmal hinten. Komm, greif mich nochmal an. Danke. So. Wieder vollgeheilt. Alles gut. Alles geplant. Jetzt kann ich uns direkt wieder weggewürfeln. Dafür hat sich der Item Made Mature, oder wie das heißt, gelohnt. Ja, Quadshot. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Wunderbares Item. Ein richtig nettes, schönes Item. Hallo. Du bist tot. Genau das meinte ich mit nettes, schönes Item. Können wir einfach nichts mehr machen. Schalala. Ab. Oder auch doch. Hilfe. Tot. Zwei Münzen. Zack. Müssen wir immer noch den Shop finden. Besonders gut gegen die fucking Greed-Köpfer. Hm. Ich bin nur leider nicht so schnell, aber dafür kann ich meine Angriffe präzise ausführen. Präzise, Leute. Präzise. Präzise. Oh, oh. Fuck. Oh, oh. Wann. Hilfe. Hilfe. Was mache ich hier, ey? Ganz ehrlich. Autsch. Stirb. Oh Gott, ey. Was ein Raum. Der Raum war ja beschissen. Vom übelsten bis zum... Geht gar nicht mehr. Leute. Bombs-Aki, das bringt mir grad wenig. Speed-up nehme ich mit. Ups, aber das wollte ich gar nicht. Egal. Telepilz. Komm, eine Speed-up nehme ich auch mit. Ich kann aber den Telepilz in Errorraum treffen. Und den Geheimraum. Oder den Challenge-Raum. Oder auch einfach gar nichts. What the fuck. Alter, jetzt bin ich aber schnell hier. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht in Stachel laufe. Oha. Nicht gut. Alles so safe wie möglich machen. Auch bei solchen Räumen ist das aber ganz wundervoll. Ich nehme mich mit, hoffe ich. Was bist du? Ich habe keine Ahnung, was du bist. Deswegen werde ich mal gucken. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Nehme ich mit. Es gibt mir nämlich ein Sacred Heart, ein weißes Herz und die Fähigkeit zu fliegen. Jetzt bin ich einfach nur geil und schnell. Und da ich die Stage schon fertig habe, kann ich auch einfach hier rein gehen. Und habe somit einen weiteren Herzcontainer gefüllt. Scheiße, Curse of Darkness. Nicht weiter schlimm. Wow. Hilfe. Das ist ein Telepils. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Scheiße. Nehme ich mit. Nehme. 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 Einfach alles aufheben. Ich werde einfach alles untersuchen. Einfach alles. Einfach alles untersuchen. Dann klappt das schon. Ich darf nur nicht den Überblick verlieren. eure blutspur macht mir leider nichts mehr ihr könnt mich natürlich trotzdem noch treffen aber eure blutspur macht mir nichts mehr was haben wir hier nichts besonderes nur noch so und das müsste der shop sein den ich jetzt ausgesehen geöffnet habe und ja ich bräuchte ein spacebar ist hier ist der bossraum steps one okay dann kann ich ihn doch benutzen oder ja monstros 2 schick ich dachte ich wollte erst mal hintersehen hat nicht so ganz funktioniert da ich hinweg geschoben habe ich schiebe ihn zu weit weg schiebt dann einfach jetzt von wand zu wand kein problem ich glaube das behalte ich sogar fliegen die schneller weiter gucken was hier so ist ach meine devil karte jetzt weil sie wenigstens wieder wo ich bin ich darf die nicht groß werden lassen hilfe so viel du hast mich gerade dazu animiert das hier aufzusprengen na dann werde ich diesen wunsch erfüllen hallo ich dachte ich passt dadurch ich weiß nicht wieso keine ahnung pushpin bringt mir nichts weil ich hier nicht nehmen kann so tot tot nicht tot jetzt aber tot na komm ich hasse euch fucking jetzt immer noch nichts hat sich nichts geändert zwischen unserer beziehung dann bin ich jetzt auch nicht zu blöd wäre zum ziel da hätte ich jetzt schneller dauerung gekriegt ob er hat sich doch gelohnt ich weiß nicht warum ich immer schick sage furchtbar leid ouch das ist der burn penny glaub ich bin mir nicht sicher ich kann jetzt eh nicht aufheben die mark ich mag den voll gerne ich mag ich richtig gerne alles niedermetzeln missing page kann ich auch nicht aufheben war aber alles bisher nicht wirklich besser als tätig hätte jetzt cancer gekommen hätte ich dachte scheiße aber so na ja was mache ich hier ich weiß gar nicht mehr wo ich hin muss ich mich voll verlaufen aber übelst hier hoch vielleicht hier hoch ok hier bin ich am anfang irgendwo hier war ich doch schon gab es da oben noch irgendwo was hier hoch vielleicht hier ist der echte echte shop gewesen mit grieb drin ach so macht sind ich bin fertig shop direkt zu anfang das book of revelations über den tiefen 2 ich werde es mir ich werde mir das book of revelations holen allerdings doch ich mir jetzt jetzt schon mal benutzen so jetzt werde ich aber erst mal rumgehen und gucken ob ich den item raum noch weg befinden kann und mit dann zum ende des book of revelations wollen weil dann kann ich mit dem item mit dem natürlich sehr gut mit dem book of revelations arbeiten oh ja sehr nett ist das scheint so als ob ich neu in den arcade müsste nein hier würde ich nicht rein und gutes gefühl bei weiß nicht wieso das hat aber viel leben ich will den devil haben ich will den devil haben auf mich weg schiebe das der wahnsinn da war er doch schneller als gedacht ich nehme zu sinnlosen schaden sinnloser geht es gar nicht habe ich tatsächlich den d6 benutzt halter vater zum glück brauche ich nicht lange um den aufzuladen kurz mal gucken vielleicht bräuchten ja gar nicht mein traum item mein traum 1 nicht wirklich es ist ein item dass man gerade eben weg würfeln will und am besten kriege ich jetzt noch gar keine räume mehr da danke stirbt jawohl weg mit ihr nein ich will das weg kurzer test schade tot tot danke pika oder war noch im leben das wusste ich nicht jetzt bist du auf jeden fall tot ich habe noch ein challenge raum falls ich unbedingt eine eine die six ladung brauche das ist nice und ich habe die ladung voll nach treffen weg würfeln weg würfeln weg würfeln vielleicht kommt ja dieses mal etwas gutes dabei raus bestimmt nicht die maus schon wieder drin ganz toll komm schon es wird immer schlechter immer schlechter dass der wahnsinn der wahnsinn vielleicht kann ich ja noch mal weg würfeln ganz viel glück und tschüss ich glaube nicht dass ich noch mal weg würfeln kann doch kann ich brauche aber den challenge raum dafür dafür brauche ich den challenge raum zu viel geld ach ja holen wir uns noch den challenge raum nehmen wir dieser stress na komm vielleicht noch irgendwas gutes hier drin nichts was ich benutzen kann tut nicht okay dann bis eben jetzt du tot weiter noch kein problem alles kein problem alles kein problem sarisha judgment den nehme ich noch irgendwie kriegt er so kleine münzen nur naja geil poison touch ist das poison touch oder ist das roid rage oder ist das roid rage